Du bist gerät! Was gibt's doch nicht, Alter! Ja, Leute, herzlich willkommen bei einem kleinen Live-Gameplay, wie ihr schon hört. Wir sind hier zusammen am Zocken. Heute mal an einem Sonntag, soweit. Ich hab beim Sascha gepennt, der Morgen danach. Wir sind am Suchten, beide Xbox dabei und direkt mal eine schöne Search-Runde. Und Sascha zockt nebendran, weil die minderwertige SAU nicht auf mich gewartet hat. Irgendwo zu death wird gekackt. Deswegen unnötet euch nicht, wenn ihr hier nicht getrennt ist. Ja, der Huren-Sniper! Komm her! Der Batzt ins Gesicht. So, zack, weg mit dem Schwanzen. Weg mit dem Dreck. Will hier keiner. Raus mit dem Kreis. Ja, Junge. Ja, es sind nur Wichser online. Der Wichser online. Ja, zack, Benz, weg. Ja! Was ist das denn, Alter? Habt ihr verloren, ihr Schlag. Ins Köpfchen, hast du gesehen, Junge. Zack, Batzt, Dropshot ins Köpfchen. So muss das sein. Nee, ist auch so. Du hast halt verloren. Warte gleich auf mich. Rasta aus, wenn du das gleich schon wieder suchst, einfach, ne? Ich sag's dir. Du bist doch selber im Spiel. Ja, und? Du hast ja nicht gewartet, du minderwertige, dreckige, schwarze Sau. So, was soll so'n Scheiß? Wird ich ganz zornig bei. Krieg auch nix zu essen hier bei dir, ne? Nee, kriegt man nicht. Ja, top, kein Frühstück, nix. Wird hier direkt in den leeren Magen gesucht. So, kanja, leid, kanja, leid. Ja, ist ihm halt scheißegal, mhm, top. Die Ziele verteidigen. So, kurz zu meinem Set vielleicht. Ich spiel' die minderwertige MP7. Was für'n Huren-Scheiß. Aber ich will jetzt noch Gold kriegen, weil nur so Huren sind damit rumballern. Und ich bin momentan auch ein kleiner Kurs soll, der da rumschießt mit so'n dreckigen, minderwertigen Stück. Scheiße. Nee, das fliegen kann. Nix. Du sollst auf mich warten, hab' ich gesagt, du Wichser. Nee. Ja, was? Ja, Hitmarker, guck's dir an. Ich weiß halt so'n Scheißding da drüber. Nee, Scheiß! Was ist das, ey? Ha, die Pushmap. Die Pushmap. Ha, die Pushmap. Ach, die Scheiße. Da hocken sie jetzt alle unter dem Tonnen, unter der Tonne da. Ja, ja, ja! Es hat auch schon angefangen. Warum diese Scheißspiele auch immer anfangen müssen. Ich komm' immer in angefangene Spiele rein, was soll's denn Scheiß, ey. Junge, guck mal wie will ich... Ja! Guck dir an! Guck dir in die Hand! Guck dir in die Hand! Der ist im Dreck! Der liegt im Winter, der wird im Dreck rum! Hast du verdient? Hast du den Hardscope verdient? So ne Scheiß! Ja, ja, hast du verdient. Alles, alles verdient. So, Junge. Jetzt guck's dir an! Jetzt kommt die Predator! Ey! Guck's dir an! Jetzt kommt die Predator! Ich sag's dir! Ey! Ich weiß nicht! Ey! Ohne Scheiß! Wenn ich damit keinen Kill mache, rass dich aus! Ey! Jetzt kommt sie! Ey! Gehe! Ja! Minderwertige Zeitlauf ab! Junge, jetzt kommt sie! Komm! 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 Was? Ja! 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 Multi! Du Wichskind! Leck mir am Schwanz! Da ist der Multi! In den Kopf! Batz! 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 Ja! Immer rein in die Scheiße! Dann wurden sie weggeholt! Die Minderwertige! Ach du Scheiße! Ich bin so aufregend! Ich kann nicht mal minderwertig aussprechen! Artikulationsvermögen völlig verloren! Junge, Junge, Junge! Ey! Gleich ist der Reaper drin! Ey! Ich hole so den Reaper gleich rein! Ey! Wenn da wieder so... Ja! Guck! Der Kämpfer in der Ecke! Wurde weggeholt! Die Minderwertige Sau! Wurde weggeholt! Ja! Zack! Weg eliminiert! Die schwarze Sau! Wie keiner sehen wir! Als er mit seinem schwarzen Kili zu den Egghawk und so ein... Minderwertiger BUSCH NEGER ist! Unglaublich! 2-2! Er kriegt wieder so ein Hals! So ein Hals! Haha! Also ich hab ja meinen Reaper bei Surge! Ja! Schön! Lass bitte! Ja! 2-2! Oh Mann! So! Jetzt kommt erstmal der Reaper rein! Ja! Diese Scheiß Zeit! Und jetzt haben die noch Spawnschutz, ne? Jaja! Das haben... Ja! Top! Und Blindübermacher! Da haben sie alle Blindübermacher! Ja! Payflow! Zack! Da ist der Payflow! So muss das sein! Jaja! Jaja! Ey! Was soll... Ey! Was soll so'n Scheiß! Ey! Da hockt der da drin! Ich will mein Payflow einsetzen! Wir nehmen die hier auseinander! Und ich will mein scheiß Payflow einsetzen! Ja! Was soll so'n Scheiß! Ey! Ey! Ja! Wunderbar! Ja! Wunderbar! Schön! Ja! Top! Ey! Ey! Was soll so'n Kack! Ey! Was soll so'n Scheiß! Ja! Perfekt! Perfekt! Schön! Kannst du mit Arsch schieben so'n Kwinnen! Ja! Stalker! Perfekt! Wunderbar! Ne! Komm halt hier! Ne! Habe ich gar keinen Bock drauf! So! Also Leute! Live commentary endet! Endet! Erstmal hier! Wir sehen uns dann das nächste Mal! Ja! 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 Ja!